Arnold Schwarzenegger ist natürlich ein großes Vorbild, deswegen heiße ich auch seit sechs, sieben Jahren mein Facebook Schwarzenegger und Instagram mit Nachnamen und aktuell finde ich Markus Hoppel ganz stark, sehr guter Athlet, gute Härte bringt er, Phil Bain von ZAK Plus finde ich ganz gut, es gibt viele gute Leute, aber das sind so die, die ich im Moment ganz gut finde. Ich hoffe mal, ich werde auf jeden Fall noch den Sport betreiben, soweit fit, keine großartigen Schmerzen, Gelenkprobleme und auf jeden Fall auch, dass ich den einen oder anderen Wettkampf gemacht habe. Ich weiß, dass das alles sehr viel mit Disziplin und Ehrgeiz zu tun hat, dass die Ernährung das Wichtigste eigentlich ist, die Stunde, zwei Stunden am Tag zum Training zu gehen ist das Einfachste, die restliche Zeit zählt einfach. Schulter mache ich sehr gerne, allerdings habe ich jetzt halt Probleme, Brust natürlich, Beine mag ich, manchmal freue ich mich sehr aufs Beintraining, manchmal Makel kriege ich, das ist einfach so eine Hassliebe, wie bei vielen anderen auch, ja. Urlaub mache ich sehr gerne mit meiner Freundin, im Moment planen wir ein paar weiterreisen, im Februar geht es nach Thailand, letztes Jahr waren wir in Mexiko, beziehungsweise dieses Jahr, nach Amerika wollen wir auch nochmal, ja.